Werder, was bist du? Kein Feuer mehr. Nee, du siehst nicht mehr besonders hübsch aus Hollywood. Sie sehen vier Paus. Sie sehen vier Paus. Ja. ... und wieder... und wieder... ihre Augen... sie... sie haben es genutzt! Bevor ich zurückkomme, ich bitte Sie, lass mich raus! Ich habe da etwas, was Ihnen vielleicht dabei hilft, ein paar dieser Wunden zu heilen. Bleiben Sie, wo Sie sind, ich bin bald zurück! Aha! Lock! Sie haben herausgefunden, dass Ash von der Leopold-Gesellschaft gefangen gehalten und gefoltert wird. Vielleicht sollten Sie ihm noch einmal helfen? Ja, okay! Er ist Ihnen also doch nicht wirklich entkommen! Einmal Blutmacht! Denn ich habe genug Skill dafür! Natürlich! Ja, äh... das Gesicht will auch keiner mehr sehen! Ja, gerne! Die haben dich übel zugerichtet! Machen Sie es gut, Ash! Alles klar! Viel Glück, Mann! Ähm... Nochmal! Gibt zwar so gar keinen Sinn, aber... Hm... Na gut! Aber die haben was von Tauchen gesagt! Es gibt noch einen Weg hier rein! Tauchen! So! Ähm... Vielleicht sollte ich mich da unten mal umsehen! Speichern und mal da rein springen! Na los! Okay! Ähm... Okay! Ähm... Na guck! Ey! Ich sehe nichts! Ich sehe immer noch nichts! Ähm... Es ist ja schlimm, dass man hier nichts sieht! Ah! Da ist eine Höhle! Na... Ey! Hallo! Hallo! Das ist... Das ist jetzt... Äh... Zweitweg! Oh Scheiße! Die haben mich gesehen! So! Ich kann natürlich nicht raus, weil die Flucht der Leopold-Gesellschaft läuft anders! Ähm... Okay! Ich glaube, die haben sich wieder beruhigt! Na! Sie haben sich nicht beruhigt! Ich lade neu! Gut! Wir gehen den anderen! Wird den richtigen Weg! Wir hätten zwar da durchtauchen können, aber... Ey! Wozu? So! Da ist der richtige Weg! Und da gehen wir jetzt rein! Oh! Oh! Nicht, dass wir uns sehen! Guuuut! So! Du dreist um! Hier ist ein bisschen viel Licht! OBER! OBER! Wird er nicht da? Wird er nicht da gar... 1. Guck! Ok... Ne... DAP, DAP, DAP! 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 She? 2. TAP! Die DAP! Nächste! wenn die nicht wissen wo es herkommt kann ich die normalerweise locker wie konnten die mich jetzt sehen wo ist der zweite na komm schon da hinten ist sie na komm schon das ist gezittere so aber jetzt ich glaube ich sollte mal ins inventar ein blutbötchen reinziehen so da haben wir auch aber erstmal gucken wie weit kommen so wo ist der schütze da ist er da kommt schon schütze taucht wieder auf da kann doch jetzt nicht einfach die biege gemacht haben der hat einfach aufgehört ok weg weg so dann sehen wir uns mal genau um was es denn hier alles schönes gibt das boot wird noch wichtig denn mit diesem boot müssen wir fliehen diesen kleinen bötchen und genau da ist dann der pack so was wird das wieder ok das ist eine kohle dose so die dann herr transportiert auch wieder waffen so dann wieder nichts ist und eine war ist der ist der ist der ist ist der ist der hier 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 wo mein freund wie kannst du dich doch da einfach nur so hinter der kiste verstecken verraten wir das mal munitionskiste nein aber da liegt was auf dem boden da ist noch einer der sich versteckt itaga verlassen ich hänge fest machen wir doch mal einen auf ablenkung ist auch nicht so mein freund du bist ein guter blutlieferant und heilung wieder ein bisschen munition was klickt denn da schönes noch eine steuer wir kriegen richtig schön munition und ein schlüssel für es zahlen schlüssel es sein schlüssel wir hätten nicht aufbrechen müssen okay das wäre dann der alternativ weg hätten wir noch mal zurück laufen müssen blöd gut speichern denn wir kommen langsam zum finale in der leopold gesellschaft gut rein ich werde auf jeden fall schon mal dass das was ich vielleicht noch so im mittelalter wurde unter der führung der inquisition der jahrtausende alte gesellschaft der keinskinder von der bevölkerung du schlägst da ist er ja der obermod der von baldem ist der bach so blutschild anschmeißen daneben lakoy glauben sie lakoy würde allein hierher kommen tja wenn ich mit ihnen fertig bin wird sie selbst der heilige petrus nicht mehr wieder erkennen wenn ich ihre eingeweide herausgerissen haben habe werden sie mich anbitteln betteln sie zu töten auf geht's verstecken geht ja wohl nicht mehr so wirklich grünfeld bach wo ist er denn ja die sache ist er kann gut schießen so einmal blutheilung er kann wirklich gut schießen und man muss einfach nur warten bis das in die munition ausgeht aber was machen wir denn dort werden wir machen da einmal ich hole mir mal ein